Bella und Edward sind frisch verliebt. Beide verbringen viel Zeit miteinander und spazieren im Park. Am Abend essen sie bei Kerzenschein. Edward mag Bella, sie ist seine erste Freundin. Bella wünscht sich ein Kind, aber was ist mit Edward? Bei diesem Thema versteht Edward die Welt nicht mehr. Was er für schmeckt. Dass Edward mit Kindern noch keine Erfahrung hat. Edward verlässt an diesem Abend Bella. Am nächsten Tag treffen sich beide und sprechen offen miteinander. Edward vertraut Bella seinen Bedenken darüber an. Ihre Liebe verbindet sie. Und so einigen sie sich, sich mit den Kindern noch ein wenig in Zeit zu lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Amen. Amen. Vielen Dank.